Die ARD entschuldigen. Fernabot bei Anneville, darum muss sich die ARD entschuldigen. Doch anstatt den Fokus auf das Gesicht der 49-Jährigen zu legen, schwenkte der Kameramann genüsslich über die langen Beine des ehemaligen Dessous-Models. Das kam bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an. Bei Twitter herrschte ein Kuddelmuddel aus Empörung, Humor und Unverständnis. Der Schwenk auf die Beine von Fernabot war leider das Beste an der gesamten Sendung, schreibt ein User. Traute Anneville der Kameramann, oder Frau, der gerade die Frau Bot von unten nach oben gezeigt hat, zeigt genau was Sexismus ist, das, regt sich ein anderer hingegen auf. Viele finden jedoch auch, dass die Aufregung um diese Kameraeinstellung komplett übertrieben ist. Trotzdem, die ARD sahen sich in die Ecke gedrängt und entschuldigten sich. Gegenüber Focus Online sagte die Pressesprecherin von Anneville, diese Form der Bildführung widerspricht den redaktionellen und bildlichen Grundsätzen der Sendung. Der zuständige Regisseur bedauert den Fehler. . Und ist Verona nun Raute Me Too oder Raute Not Me, ja, ihr seien schon mal ein paar sexistische Dinge widerfahren, doch nie eine Nötigung in einer Form, die mir einen Schaden zugefügt hat, stellte sie klar. .